Okay, okay, ich nehm jetzt auf, neues Let's Play, let's go. Alter, wo bist du denn, Magus? Ich seh dich nicht. Komm in meinen verfickten Stamm. Los, ich bin hinter dir. Wo bist du? Komm, bleib stehen. Guck mal, das ist das Krokodil. Bleib stehen! Alter, 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 ich seh dich halt nicht. Guck wie das aussehen. Alter, ich glaub, der will doch nur chillen. Guck doch. Guck mal, was du jetzt mit seiner Mutter mache. Guck. Oh. Alter, der wollte deinen Vater ficken. Rennen, rennen. Wo bist du? Hä? Geh weiter, geh weiter. Wo bist du denn? Jetzt, äh, Alter, das Krokodil ist eigentlich voll Kacke. Das ist voll Kacke. Kacke. Alter, das kommt ja überall durch. Jetzt rennen, ja, du bist in der richtigen Richtung, gut. Alter, wer bist du denn? Inventar öffnen. Wer ist denn? Alter, er ist der Brie, der Brie ist. Wer ist er denn? Hä? Kann man ihn angreifen? Ja, hab ihn angreifen. Ui, ich krieg Stiche. Alter, oder rennen? Oh nein, ich baue was. Scheiße, ich bin tot. Ja, ich baue was. Guck mal, der will deine Mutter ficken. Ey, sagst du ihm grad Mittelfinger? Ey, sagst du ihm grad Mittelfinger? Ey, sagst du ihm grad Mittelfinger? Junge, der macht ja gar nichts. Ich will in deinem Stamm, lad mich da ein, oder du kommst in meinen, schnell. Okay, komm. Ey, Markus Rühl, hör mal, willst du mein Stamm, Baby? Aber ey, Freundchen, du musst ein bisschen Muskelmasse drauf packen. Ich hab dir jetzt angezeigt. Alter, warte, ich glaub, du wirst mir angezeigt. Warte, ich hab grad nen Beinbruch noch zu verheilen. Du musst grad, guck mal, ich geh mal grad ein bisschen weg. Dann sag ich's dir. Also jetzt seh ich dich aktuell. Ui. Ja, es geht, es geht. Hast du mal meinen Namen eigentlich gesehen? Agatha zum Alpha-Titel. Und jetzt komm mit, ich zeig dir die Belsen. Ja, warte, ich hab nen Beinbruch noch. Ich muss den noch kurz verheilen. Mein Bein ist gebrochen. Ist Bären. Hör doch auf! Hör auf, ich schlafe, Mann! Ey, du hast zwei Fäuste von Markus bekommen, du liegst, Alter. Junge, Junge, Junge. Magus Rül. Mann, du hast tausend Jahre, bis man aufsteht. Jetzt bleib stehen mit deinem hässlichen Bein, Bruder. Ich geb dir gleich ne Achse im Arsch. Haha, Junge, ich bin Magus Rül. Ich muss looten, Alter. Wie lang ist das? Ey, pass auf, da ist ein Dino, gell. Starker. Hör mal, wo ist hier was? Ich hau das alles weg. Digga, bitte folg mir und spiel richtig. Ich spiel richtig, Junge. Digga, dann... Beruhig dich mal. Ich bin der Magus. Was schießt du das? Ich hab mich in den Haaren zu schlafen. Was schießt du denn? Ich komm ja mit Höchsttempo. Ich bin der Magus. Mein Bein ist gebrochen. Aber ey, ich drück trotzdem 300 auf der Bankpreis. Hör mal, ich bin der Magus. Ich komm jetzt. Digga. Ich kann nicht schneller, for real halt. Oh, lol, 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 ui. Alter, Junge, jetzt bin ich aber gesprintet. Ey, Junge. Hey, der Markus kennt halt gerade mehr. So, hör mal, hey, auf die alten Haare. Boah, gut, ey. Was geht denn ab? Alter, was geht denn ab, wenn es mal mein Schwanz tut? Oh Gott. Habst du Holz? Hallo? Ja, oh, wir sind ehrlich. Wir nehmen das Fleisch. Ja, okay. Tut mir leid, Magus. Hör mal. Mensch, Skrpo. Okay, Skrpo. Es tut mir leid, Skrpo, okay? Skrpo. 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 Junge, warum machst du eigentlich Essen? Obwohl unser Hunger zwei Jahre lang braucht, um runterzugehen. Wir können uns beim Bären ernähren, du Neymar. Du kommst, Leben. Warte mal, Junge. Das Leben regeneriert sich von selber, du Depp. Ja, dann lass es laufen, komm. Komm. Jetzt kommst du mit mir. Ich bin so stylisch, Alter. Ich bin der Magus, Alter. Uiuiuiui. Was geht ab, Alter? Ich bin der Magus. Ich bin der Magus. Ich bin der Magus. Ich bin der Magus. Alter, ich bin der Magus. Sei early. Alter. Will der hier fighten? Nein, 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 nein. Jetzt, Mann, ich spiel hier wirklich ernst. Ich spiel doch ernst. Ich spiel doch ernst. Ich spiel doch ernst. Hör mal, wenn du noch einmal mich penissen, jetzt gibt's ne Vorgfalt. Hallo. Hör mal. Nimm das, nimm das. Dann kriegst du xp. 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 Alter. Ui, ich muss das kurz. Alter. Hör mal, ich muss lese, du Depp. Alter, die labert bei mir irgendwas. Ja, bei mir auch. Die sag ich, dass der Magus nicht 200 auf der Beinpress schafft. Alter, ich hab den Level bekommen und du? Äh. Keine Ahnung, bin der Magus Rühlen. Komm mit, komm mit, komm mit. Hier ist noch einer, glaube ich. Alter, mein Schiss. Äh, ohne Spaß. Leute. Auf YouTube. Ich hab so Fürze heute. Die sind so scharf. Ah. Oh, ich hab ein, ich hab ein Quicktime Event. Da steht, äh, kille Alpha Tina. Okay. Alter, was? Hä? Ach so, Leute. Ich hab gedacht, hey, hier ist sie, hat man gestorben. Hör auf, die Dodo zu töten. Hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf, hör auf. Das ist meine Bräse. Die Bräse sind genauso groß wie du. Hör mal, ich bin der Magus. Mir macht gar nichts Angst. Hör mal. Hör mal. Willst du ein bisschen, willst du ein bisschen Apelschorne oder was? Junge, wie lange redet die eigentlich noch? Hör auf, hör auf. Oh, das hat aufgehört, geil. Oh, ui. Siehst du diesen ganz großen Stein da hinten? Die allerbeste Base sind ganz arg. Ich seh dich nicht mehr da hinten. Warte, kurz Stamina regenerieren. Aber nach einer Zeit sehe ich dich halt wirklich auch und trotzdem nicht mehr, ne? Normalsimpfer. Greif wirklich keine Dinos an, außer die greifen dich an. Aber dann renn weg, weil wir kriegen nicht mal irgendeinen kleinen Dino gefickt, gefühlt. Ich zähm gleich irgendeinen Plep-Dino. Ich kill den Dodo da vorne. Der hat mich bloß angeguckt. Ja, ey, Bruder, ich muss was klären. Der hat mich bloß angeguckt. Warte, ich muss was craften. Alter, renn weg, du Schwanz, renn. Warum soll ich denn jetzt rennen? Hier hat mir keiner was getan. Und... Alter, ich hab'n... Ich hab'n Dino Level 13, der angreifen kann, bitte bitte. Der muss sich auf jeden Fall de-Institut nehmen. Komm, 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 komm. Alter, ich töte, hey, du, du. Hör mal, hey, du Fotze. Das ist jetzt. Was ist's, hör? Kack, Fotze, ey. Was war das denn für einer? Ich komm mal. Wo bist du? Ich bin jetzt schon Level... Digga, ich bin jetzt Level 22. Es geht so schnell mit diesen XP. Siehst du halt? Warte. Komm, 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 komm. Der will Stress, der will Stress, der will Stress. Ui, oh, sorry. Ja, hör mal, mein Magus. Wenn, hey, wenn du von mir einen Schwinger kassierst... Ui, hier, der will einen Schwinger. Komm her, Bro, weg dich, bitte. Komm her, Bro, weg dich, bitte. Jetzt komm wirklich, bitte. Ja, warte. Ich hol mir grad ein paar Feuersteine. Alter, oha! Warte, ich brauch noch bisschen Holz. Junge, du machst voll den Stress, Alter, Alter. Ich weiß nicht, dass auf dieser Insel du alles holen kannst. Das ist die allerheftigste Insel. Die allerheftigste Insel. Du Sohn einer Huwe, auf dem ich sie dreimal gebumscht habe. Uff. Da hab ich Mutter gehört. Sei early. Alter, hier rechts, der will Stress, der will Stress, der will Stress. Was? Bist du hinter mir? Und jetzt schwimm, schnell. Da, da ist die Insel. Alle Piranha, oh Gott, oh nein. Ich bin so gefickt, wallah. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Scheiße. Jetzt bist du wieder irgendwo im Nirgendwo. Ich bin auch tot. Mensch. Oh, geil. Wie geil ist das denn? Wir sind fünf. Über drei Fahrze. Südzone drei. Jalla. Äh, Südzone drei. Alter, Mensch. Der Mago ist wieder hey. Ui. Mensch, wie schön ich bin. Bisse du, du kleine Fotze. Wo bist du? Warte mal. Ich bin hier im Stil. Ich guck mir hellschön von da an und so. Wo bist du dann, ey? Ich geh da einfach wieder hin. Alter Junge, da hinten ist einfach Stress. Kacke. Ich geh ab. Wie du aussiehst. Ich geh da mal. Alter, hab ich krass. Junge, ich hab grad so gespuckt wegen dem Lachen. Ich komm schnell, komm. Hör mal. Ich muss mir grad die Wichsrolle holen. Warte mal. Hier ist grad so viel Spucke. Warte mal. Bei mir ist ein Raptor. Du musst irgendwie den Raptor dribbeln. Geh durch den Wald. Ich dribbel deine Mutter gleich. Ui. Bitte. Bitte fick sie. Junge, hör mal. Was will der Raptor denn machen? Der fickt unsere Mutter. Hör mal. Ich bin der Magus. Weißt du, was das heißt? Ich hoffe, du weißt, was das heißt. Was ist der Magus? Ich bin der Magus. Ich bin der Magus. Das heißt, ich bin der Magus. Hör mal. Du wirst wieder sterben, du Idiot. Ich werde nicht sterben. Ich renne einfach durch. Ich sprinte einfach. Ich sprinte einfach. Ach Junge. Geh mal nicht auf den Sack. Wo ist denn der Schwanz? Das sind drei Stücke. Vielleicht lässt er ja mit sich reden. Chill doch mal erstmal. Weißt du was? Du machst wieder eine Mücke aus dem Elefant und ein Elefant aus der Mücke. Hey, ich weiß nicht mehr, wo du bist, ne? Nurmals irgendwo. Du gehst gerade in die richtige Richtung. Ui, geil. Ich sehe dich halt wie ein Null, ne? Ist geil. Siehst du mich da hin? Alter, ihr geht mir hinterher! Mann, wieso? Ihr seid Hurensöhne. Merkt euch gerade. Warte, warte. Ich rette dich, Bro. Warte. Hör mal. Kein Stress. Kein Stress. Hör mal. Ui. Alter. Ne, ich denke nicht. Alter, guck mal. Gang, 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 Gang. Warte, ich mach mit. Ich mach mit. Gangfight, Gangfight. Nein. Komm mit, müsst ihr mitmachen. Mann, lass doch ernst. Ey, Bruder, Bruder. Ich musste für meine Gang. Ich musste für meine Gang, für meine Crips. Es ging nicht, Bruder. Da war Blueface, da waren alle Habibi. Ich musste retten. Ich komm jetzt, Bruder. Was geht jetzt ab? Mann, jetzt wirklich. Ja, ja, jetzt ehrlich. Mein Gott, lass uns mal ein bisschen Spaß haben. Ey, Mensch. Hey, du machst ja voll die Ernte. Du machst ja hier voll auf Ernst, Alter. Bis vor einem Try-Arten in Ark. Alter. Du nimmst das ja ernster als Fortnite, Alter. Junge. Was geht ab, Alter? Hast du eigentlich noch ein Leben, Bro? Hör mal. Ich hab Pirandes. Ich hab dich auseinandergenommen. Ich hab meinen Loot. Wiederhol dir auch deinen Loot. Ich hab meinen Loot wieder. Ich hab meinen Loot wieder. Das ist aber auch scheiße. Ich hab den Wettbewerb. Ich hab meinen Loot wieder. Ich hab meinen Loot wieder. Ich hab den Wettbewerb. Drei. So, pass mal auf jetzt hier, hör mal, ich bin am Magus, ich komm jetzt vorbei, wo bist du, du Fotze? Ich komm jetzt, ich bin der Magus, weißt du was ich bin? Oder weißt du wer ich bin? Hallo? Tja, da scheine ich mir da zu sein. Ui, oh mein, ich bin eh gut am Rumspringen, ey, was geht denn ab und so? Ich geh mal hier ein bisschen rein. Ui, kacke ey, der will mich bestimmt ficke. Oh, mach ich auch zu jung, sonst kracht da, aber frag nicht wie. Ich bin Speedigo und Zahle ist der schnellste. Ey, wo bist du? Alter, lol, der ist ja tot. Alter, den hat's erwischt, den Brie. Alter, ihn wird da öffnen, ey, hör mal, super, ey, hör mal, ich bin der Magus. So, ähm, 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 hallo? Warte mal, ganz kurz mal gucken, ob der überhaupt im Call ist. Mensch, der gute Junge ist im Call, aber der redet das. Ich glaub, der ihm sein Internet ist abgekackt. Kann sein. Aber vielleicht ist er auch einfach nur ein bisschen schwul. Könnte auch sein. Ui, hör mal, ey, bin der Magus. So, ey, hörn sie mal, hörn sie mal, ey. Ui, hör, ey, bin der Magus, ruhig, ey. Ey, was ist denn ein Problem, was ist denn ein Problem mit dem Baum die Fresse, ey? So, wir ziehen mal ein paar Bärchen ein, hier. Was ist denn hier los? Ui, ui, Junge, bist du denn für ein Forts? Ich muss gerade mal ein bisschen Stroh und Holz holen und dann geht er ja ab, so. Kannst du mir schon glauben. So early. Wann kann ich eigentlich eine verschwulte Axt machen? Das ist ja so schwul. So, pass mal auf jetzt hier. Jetzt hab ich ja dicke Werkzeug und so. Jetzt geht er ja ab. Wo ist das Werkzeug, hier? Ach, da unten, direkt in der 1. Wo pass mal auf jetzt hier? Zagi, zagi, knaggi, hier, wunderbar und so. Was ist denn da? Wart mal, du Forts. Wart mal, ey, 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 ey. Geh mal auf den Sack, geh mal auf den Sack. Du, geh mal auf den Sack, geh mal auf den Sack. Äh, was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Ja, was ist denn mit dir? Hör mal. Bab, bab, weg mit dir. Kenn ich nix. Was bist du denn für kleiner Hohlensohn? Ist mir geil, Junge, Level 22. Deine Mutter, Level 22. Bam, bam, weg mit dir. Hörst du, ey, du brauchst gar keine Angst haben, du Hurensohn. Du kriegst du eh auf die Fresse. Bleibs hier. Besser ist das. Das kracht halt gleich richtig. Ich werde langsam nämlich aggressiv hier, auf die kleinen Schwänze. So, bab, 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 bab. Hör mal, ey. Ich lass mir hier nix gefallen, ey, von den Bäumen. Geh mir nix für Versag. So, hier, hörn sie mal, hörn sie mal, was ist denn mit dir, du Fotzelecker? Du hier, du ehrenlose Schlampe, du. Hörn sie mal, hörn sie mal. Hör mal, ey, Steinchen. Kommst jetzt weg? Dein letzte Stündchen hat geschlagen. Hab Metall gefunden, ey, weil ich krank geil bin. Ich bin einfach krass dropp, ey. Ui, bam, bim, bam, 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 bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim. Bambo, leere des Bamboos. Ich bin der Magus, hörn sie mal. So, da haben wir dann, ey. Hände, Schuhe, Bromo noch, ey. Hör mal, du Fotzelecker, ich könnte mir grad einfach in der Fresse kacke und so. Hör mal, ich bin der Magus und dann läuft ja alles so, wie ich dat will. Geh ab, du Pro. Hör mal, bist du der Magus? Hör mal, was geht denn jetzt hier ab? So, welcher Fotze will in ihr Stress jetzt? Oh, ja. Schütze ey Ich beschütze meinen Sohn Ich komme mir vor wie ein Verfahren Das ist halt nur, dass ich der Vater bin Und Timmy ist die ganze Zeit am Start Ui, den da vorne muss ich ficken Der bedroht mein Kind Du Hurensohn, du Fotze, du Internetambo Scheiße Alter, ui Geht denn ab und so Headset kaputt, ach kacke ey So ein Kack aber auch Gude Alter, der Ark ist ja richtig bei mir gekrascht Ich komme wieder rein Warte mal, du stehst ja hier Hä, du bist schlafend Alter, what the fuck Du hast einfach einen miesen Schlaganfall Oh mein Gott, du hast einen miesen Schlaganfall, Bruder Ich glaube, geht gar nicht gut Bruder, mein Headset hat nicht mal reagiert wegen Ark Junge, was ist das hier für eine Scheiße Wieso sind wir hier unter so einem Stein Bruder, das ist ja der Sinn dahinter Man muss kein Dach bauen, gar nichts Glaub mir, das ist doch richtig krass Glaub mir, wir bauen ja hier noch alles rum Jede Enkel da Ui Uff Hab mir da gehört Boah, ich bin der Magus oder so, mach doch mal irgendwas Junge, ich bin der Magus, ich pass hier auf sicher, ich mach hier Security Ich mach hier Ich mach die, wie, lad dich mal ein Lad selber ein, Fotze Hör mal, Shift und du weißt Hör mal, Shift und du weißt Okay, hab ich nicht gefunden, du weißt, kannst du mitspielen, tut mir leid, du Fotze Hör mal, geh mir nicht auf, versag, du Fotze Hör mal, ich bin, ich bin Magus Rüll, ich hau hier gleich irgendwie mit der Fresse in Wenn, hey, die nächste ist ja der Richtze Hör mal, den schlag ich gleich die Handelbank in der Fresse Ich bin doch richtig, Digga Hör mal, hör mal, hör mal, hab Mutter gehört Ich fick euch deine Mutter Komm, ich mach mal, hey, bisschen mit und so Hör mal, oh mein Hör mal, oh mein Gott Du gehst mir richtig auf den Sack heute So, pass mal auf Das ist die letzte Einladung, die letzte Warnung, sonst krachtet Hör mal, jetzt geht's, hey, rund, Alter So, wo sind denn, hey, ein paar Bäume, die werden jetzt alle gefickt Zack, zuck, zuck Ja, mach mal, besser ist das, hey, ich mach jetzt, hey, dicke Bass und so Nein, ich komm nicht, mach gar keinen Sinn Warum? Du fuckst mich ab, du laberst irgendeine Scheiße die ganze Zeit Ja, hör mal, ich bin der Magus, Alter, ich bin überladet Egal, mach gar keinen Sinn Macht no sense, sagst du Ja Girl, ich würde alles tun, dass du mir verzeihst Alter, dickes, dickes Level abbekommen Hey, hey, wieso wird das immer mehr, wieso nicht weniger Ja, das macht ja Sinn Warum machst du alles auf Gewicht Hör mal, ich bin der Magus, ich muss nicht nur schwer aussehen, ich muss auch schwer tragen können Man levelt nicht alles, du musst Alles, alles ist unnötig, wie du es machen Alter, Junge, ich geh ja in Zeitlupe wie ein G Alter Ich bin der Magus aber in Zeitlupe Alter Ich glaub, gleich kann ich gar nicht mehr gehen Gleich ist es vorbei Alter, was ist denn jetzt los Zu schwer beladen, um zu springen, hör mal, das sind die krassen Muskeln Wenn die mir hier weiter auf den Sack gehen, dann kracht das halt gleich Ich hasse dich Hör mal, Paul, gleich gibt's Backpfeife Wir müssen gleich erstmal die Böen aus Holz machen Wir müssen gleich erstmal die Böen aus Holz machen Wieso machen wir das nicht direkt, du Depp Weil das so teuer ist Holz Hör mal, ich hab so viel Holz Mach aus Stein Mach aus Stein oder so Oder aus Holz Ja, geh mal versatt Egal, halt doch Ey, ich schwick jetzt deine Mutter, ne Ich bin am Bauer, Junge Mensch, mach den Kopf zu Grab mich ein Ey, Junge, wie oft soll ich die Fotze eigentlich mal eilauen Mach nicht Wann bauen wir eigentlich ein Gym, hör mal, die Muskeln Ich merke das schon, dann fängt langsam an, alles zu verschwinden Das stimmt doch Wie, das stimmt doch Warte 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 Ich kann halt nicht rein, hast du mich gewitlistet? Hey, konnte ich nicht bis jetzt Versuch mal jetzt nochmal, sonst komm ich irgendwie nicht rein Es geht immer nur Spiel starten Und ich hab mein Spiel schon gestartet Whitelist Wie heißt du denn? Digga, wir sind Bau Weißt du wie geschrieben? Mit 3R, ne? Ui, hab 2 Keine Ahnung, gibts hindet Ich hab mal ein Pau Ist so richtig, du musst kleines S Ui Kleines S willst du haben? Geht nicht Warum ist das denn immer so kacke schwul? Hör mal Weißt du, was wir machen? Sagt der will ist Ja, ich muss kurz was gucken Dann komm ich direkt auf den Alles gut, Mensch, Junge Ich bin doch, hey, grad am Bauern, Mensch Checkst du da eigentlich? Ich muss kurz einen Server beitreten Geng, geng, hm, hm Mach mal Geng, zeig dir ne Cam auf sie Naja, ich bin hier grad am Bauern, ich bin der Magus Ich kann das Es macht halt keinen Spaß, so ehrlich Es nervt einfach Es ist nicht mal lustig, es nervt Es nervt Es nervt Hör mal Alle wird gut, mein Junge Weißt du, wann alles gut wird? Ich geb's jetzt auch einfach Hör mal, ich komm hier nicht immer in die Base rein Gibt's Treppen? Kann man ne Treppe bauen? Ja Ui, wo ist hier denn die Treppe? Kann ich denn so ne schöne Treppe erwerben? Oh, ne Holztrappe, die baue ich jetzt Schisspulver ist auch hier Ui Ok, warte, wo ist denn die Treppe? Hier ist keine Treppe Doch, hier Holzrampe heißt die Ach, Rampe, lol Alter, ui, ui, Alfa, Gude, Mensch, was geht denn ab und so, hör mal Was machst du da? Mach die Wände weg Ich rast die gleich alle ab Wir machen einen riesen Wusstest du so, guck Kollege Kollege Wenn ich das gleich nicht abreise Kollege, mach den Kopf zu Sonst kracht das, ey Weißt du eigentlich, wer ich bin? Du bist ein Hunde Ja Und wir bauen das viel weiter Ja, jetzt mach mal den Kopf zu Man muss auch mal einen kleinen anfangen Ey Ich meine das ernst Wenn ich nicht auf deine Mutter verkehrt Dann muss ich deine Mutter Huren zu Wolliger, Wolliger, Wolliger Ui Hatte einer dicke Eier bekommen? Spaß Gut, ich bau jetzt ne dicke Rampe, Bro Damit ich mit meinem fetten Prachtarsch auch weiter darüber rutschen kann Junge, ich bin halt Alter, ich bin so breit Ich bin Alter, Junge Ui Alter, Junge Ich bin einfach ein Transformer, Alter Es geht irgendwie nicht, keine Ahnung Tja, woran hat Geleere? Du musst einfach weitlichten Soll ich sagen Ja, wie macht man das? Schau mich immer ob du mich absichtlich nerven möchtest Ne, ich weiß ja nicht wie es geht Dann frag ich halt wie man es macht Oder soll ich es einfach irgendwie raten Oder soll ich es googeln am besten? Soll ich es gargeln? Lad mich mal nochmal ein Lad mich mal nochmal ein Komm, ich halte ich nochmal ein So, pass auf Dauten Skrpau Z Zum Spiel einladen Skrpau wurde zum Spiel eingeladen Let's go Was hab ich denn da gehört? Es backt schon wieder alles Ey, ich hab keine Lust Mann Arke Ich weiß Du willst ja unbedingt das spielen spielen Du bist ja voll Idiot Hör mal Ich mach mal grad dein Charakter kaputt Vielleicht liegt er daran Alter Digga Ich starte schön meinen PC neu Es backt hier alles Schön looten Let's go Wo ist denn hier so eine Holzschräge? Holzdecke Ne, das ist es nicht Ah, Holzrampe Let's go Ich hab's Bruder Bruder Mensch Großer, das war doch gar nicht so schwer Alter Kacke Warte mal Kurz mal auf die 3 Geh ich mal grad her raus Pass mal auf jetzt hier Alter Jetzt geht's ab Alter Der Magus hat die Mechanics ey Ich bin der Magus Hallo Hallo Hi, hi Bist du jetzt leise Also Oder fackst du immer noch weiter Ähm Keine Ahnung Also wenn das da beinhaltet Dass ich nicht mehr der Magus bin Sondern der Rüll Spaß Was soll ich? Ich will einfach nur normal spielen Das geht halt einfach nicht Tja, ich weiß auch nicht woran hat Gelehre Ich werde gleich alle Wände da abreißen Ja Mach mal jetzt hier nicht auf krass Ist zu sehen Vor der Sonne So Batchi gebaut Ich baue einen Mörser Bro Mach Hab einen Oh nein Das ist ja schief Ah egal Kack drauf Da kacke ich drauf Ist mir kacke egal Hör mal da wo ich herkomme Dann machen wir das täglich Also du findest ich bin nicht lustig Oder was das Ja ich Guck mal Ganz ehrlich ich weiß dass du mich lustig findest Das ist die süße kleine Maus Hör mal weißt du wer ich bin? Ich kann es dir sagen Bau mal ein Bett digga Ab Ich leg mich jetzt hin Du darfst auch nicht direkt kaputt gehen Ich bin müde Hör mal Ich bin der Maus Ich lebe mich jetzt Hä? Warum kann ich mich nicht hinlegen? Alter der Maus Ich muss einfach E gedrückt haben damit ich im Bett liegen bleibe Ui ist das süß Hör mal ich hab Oh Alter hier kann ich mir bestimmt oft einen wichsen Aber ey ähm Cringe Girls Was geht bei dir? Alter nicht viel Aber weißt du Cringe Girls wer ich bin? Ich bin der Maus Ich bin Maus Röll Lad mich mal ein Okay Ich lade dich jetzt ein Okay